Wir glauben, dass es einen besseren Weg gibt, sich mit Ihren Mitgliedern, Freiwilligen, Mitarbeitern und Kunden zu verbinden. Wir zeigen Ihnen wie mit OpenSocial, einer Community-Plattform. Community-Mitglieder personalisieren Ihre Erfahrungen mit Profilen. Hier verwalten Mitglieder ihre Kontoinformationen, Anmeldedaten, Datenschutzeinstellungen und vieles mehr. Community-Mitglieder verwenden private Nachrichten, um andere Mitglieder direkt zu kontaktieren. Dies ist die schnellste und einfachste Art, um mit den richtigen Leuten zu interagieren. Gleichgesinnte Community-Mitglieder erstellen Gruppen, um Ideen auszutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren. Gruppen können nur für Gruppenmitglieder zugänglich sein, offen für die gesamte Community oder sogar vollständig öffentlich. Veranstaltungen überbrücken die Lücke zwischen Online- und Offline-Erlebnis. Event-Manager legen den Ort und das Datum fest und Community-Mitglieder können sich für Veranstaltungen registrieren und Updates verfolgen. Verwalten Sie die Daten Ihrer Community professionell. Verfolgen Sie KPIs, überwachen Sie aktive oder inaktive Benutzer und erhöhen Sie die Interaktion auf Ihrer Plattform. Wir sind die optimale Lösung für freiwillige Arbeit, Ideenfindung und maßgeschneiderte Communities. Erfahren Sie, wie Ihre eigene Community Menschen verbindet. Besuchen Sie getopensocial.com für eine Live-Demo.